Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Doom 2. Mal gucken, wie das weitergeht hier, wa? Ich hab jetzt echt kaum einen Plan. Und bin voll raus. Wir haben einen blauen Schlüssel, ne? Das heißt, gelb brauchen wir noch. Da geht's dann nämlich irgendwann weiter. Und hier auch. Ich muss ja irgendwie hier weitergehen, ne? Meine ich. Ach, du Schande. Kann man eigentlich auch Quick Save machen? Boah. Keine Ahnung. Hm. So, wartet da wer auf uns? Offenbar nicht. Ach so, das geht dann wieder zu. Okay. Haben wir ihn hier noch? Hier war ich grad schon, ne? Ja. Okay. Na, dann schauen wir mal. Ach, lauf doch hoch da. Bin wohl offenbar gefangen hier. Na, klasse. Die müssen mal loswerden hier. Alles andere als schön. Geht man die Muni dafür auch noch aus. Das ist klasse. Ei, 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 ei. Okay. Wir brauchen ja für die Säure eigentlich so einen Anzug, ne? Der liegt hier hoffentlich. Oh, shit. Oh, man. Das ist gar nicht gut. Ja, wir verrecken mal ne Runde. Ist ja alles nicht so wild. Gucken wir mal, ob wir alles so schaffen. Hm. Oh. Das war's für heute. Ah, da haben sie mich erwischt. Tja, jetzt wird's knackig hier, ne? Aber gut. Oh, das lief doch schon besser. Speichern wir das so. Shotgun ist nicht so viel am Start, irgendwie, ne? Wo geht's denn da eigentlich hin? Oh yes! Eigentlich wäre die Chaingun da besser, ne? Da kam ich grad her. Können ja auch hier erstmal aufräumen. Das geht auch. Na super. Keine Ahnung, wohin es ist. Ja, du Schande. Die Munitionsknappheit, ne? Das ist alles andere als schön. Kommen wir nur noch ziemlich beschissen weiter, ne? Ja, wir gucken mal, was hier so los ist. Was uns hier so erwartet. Wir werden zurück gebeamt. Alles klar. Super. Oder auch nicht super. Oder auch nicht super. Shit. Wär ich auch weg gebeamt. Wirst wir da irgendwie rankommen, oder? Hm. Hm. Ai, 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 ai. Hm. Hm. Hier ist was los. Hm. 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 Bisschen bescheuert, aber gut. Hm. Hm. Was soll denn das? Irgendwo hat er da geschossen, ne? Lauf, 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 lauf. Komm nicht da drüber, ne? Hm. Werd ich hier hoch gebeamt. Okay. Aha. Und das ist ein Secret. Alles klar. Na dann. Wenn das so ist. Dann ist das so. Nehmen wir hier schön alles mit. Komplette bunte Programm. Haha. Und dann kommen wir hier wieder zurück. Okay. Na gut. Gibt's hier irgendwie noch was vielleicht in der Ecke hier unten? Sieht nicht so aus, ne? Joa, denn. Bleibt uns dann nur noch die Nummer hier. Ach du Schande. Ich glaub, die kommt man noch gut wegsägen, ne? Scheint zu klappen. Mir geht die brauchbare Muni aus hier. War jetzt nicht so schlau, aber... Hat zum Glück doch geklappt. Jetzt verwenden wir noch mal ein paar Raketen. Hm. Hm. Ja, das bringt's dann nicht so. Ah. Oh shit. Oh shit. Müssen wir da so lösen. So, wofür ist der hier? Fährt das dort runter? Okay. Glaub ich hol mir mal sicherheitshalber den Anzug da. Für die Säure. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja. Der fährt das da runter, ne? Ah. Und der hier? Hm. Da war noch ein Schalter, ne? Bevor das hochgefahren ist. Okay. Okay. Also. Probieren wir den mal zu drücken. Hab ich denke ich getan. Tja. Ah. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Äh. Ja. Keine Ahnung wie wir zurückkommen. Ich meine das hat irgendwas hier mit zu tun, ne? Kann das sein? Ich wette das ist der Schalter da, damit die Tür da hinten aufgeht. Wir müssen uns hier beeilen. Die hier muss ja eigentlich irgendwie rausgehen, ne? Ach so, die kann ich einfach so andrücken. Ja dann ist ja auch gut. So geht's natürlich auch. Ja, wir haben gelbe Türen, ne? Die gelben Türen. Ja. Du scheiße. Jo. Ich speicher hier mal und dann, ja. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Doom 2. Na, blahii. Bis zum nächsten Mal. Dann gibt's pipe imperstellräder đây öl n Ausnahme.